Welcher Vogel ist der kleinste? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mit K. Kolibri. Kolibri. Ja, sehr schön, der Kolibri, ganz toll. Das Gegenteil von Optimismus. Pessimismus. Pessimismus. Ja. Ja, sehr schön, ganz toll. Wie viele Silben hat das Wort Trockenbären auslese? Sieben? Sieben. Ja, ganz toll, sehr schön. Wie heißt die männliche Biene? Männliche Biene. Ja. Keine Ahnung. Mit D. Männliche Biene. Keine Ahnung. Die Drohne. Die Drohne. Die Drohne. Gut, okay, nicht so wild. Ihr wusstet doch schon so viel, Mensch. Wo sind die kleinsten Knochen im Körper? In der Hand. Am Ohr, oder? Am Ohr. Ja, sehr schön. Wunderbar. Was sind Dukaten? Nochmal. Was sind Dukaten? Eine alte Währung, aber... Eine alte Währung. Goldmünzen. Ganz toll. Wirklich. Was machen Elefanten zum Schlafen? Augen zu. Machen sie es wie du, oder machen sie es anders? Ich weiß nicht, dass sie sich hinlegen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Machen sie es, oder machen sie es nicht? Nee. Die bleiben stehen. Sehr schön. Siehst du, wusstet ihr doch. Welcher Held lebte im Sherwood Forest? Ähm... Ich glaube... Ähm... Ich glaube... Wie heißt er? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Mit R? Robin Hood. Sehr schön. Ganz toll. Wunderbar. Wie nennt man den unteren Abschluss der menschlichen Wirbelsäule? Äh... Der letzte Teil. Äh... Steißbein. Steißbein. Ja, sehr schön. Wunderbar. Gut. Die letzte Frage. Mit welchen Nägeln kann man nicht nageln? Fingernägel. Fingernägel. Wow, man hat ja das toll.